ja hier kann mein name ist an die europäische zurück zu let's play von zwei spiele stellen die gang okay suchen teufels piloten also warum nicht muss mal gucken wie das abläuft hat mir überhaupt nicht gefallen im ersten teil habe die ganze zeit immer nur diese computer gestalten erledigt bei die spieler konzern ging erledigen ich sehe schon gekommen dass ich noch schneller freck als auf dem boden du kommst erster ordnung okay über einmal so einen richtigen guten szenen wechsel haben mal die republik weil die droiden ks jetzt ihre ball okay damit spaß fähigkeiten ja ich frage reparatur vierfach laser kanon protonentopede ok ich frage computer gesteuerte leute dabei ne ich weiß nicht was ich genau machen muss oder verheißen jeden genau im leben das ist schon mal was bestimmte leute hier man ja angreifen dass die spieler oder und dann ist der einzige wenn der auf die schieß die müssen wahrscheinlich irgendwie spezial sachen machen wird judith judith ha 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 keine ahnung ich mache ich kann die fähigkeit nicht an sein nehmen wir müssen die erledigen bevor unsere prozent auf null sind und dann kannst du nicht mal verlieren und die zieler ich habe keine ahnung verdammt okay ja es war gemacht lass mal wieder den steuern das xxxx geschwader ja schon wir waren so gut da waren wir jetzt gut dran oder nicht man kann gar keine rollen mehr machen der kann das sein jetzt sind einfach nur normale ich mache mal zu unübersichtlich weiter waren richtiger spieler die müssen wir versuchen zu überleben da ist nicht so unübersichtlich wie den ganz warum der gefällt mir der muss gefällt mir auf jeden fall viel besser als der ersten teil das war einfach nur packst einfach laufen schiffe an einen ort naja du hast einfach nur ein haufen bringen sie an einem platz hingepackt wir haben sich einfach gegenseitig abgefallert wir sind zwar nicht etwas abwechslung wachstum da ist hier warum ich ganz dahinten geschoben also ich mag man hier wenigstens eine chance mal die helden zu spielen ich habe glaube ich kein einziges mal schafft melden zu spielen im ersten teil davon muss irgendwie weil es nicht der beste oder so sein im spiel und da habe ich nie deswegen ja nie geschafft irgendwie ober fett oder an solos spielen zum also reichweiter spieler mal gewonnen ja keine ahnung was genau wir gemacht haben wir haben gewonnen das ist das passiert wenn ich mit dich noch bekommen haben wir allerdings ja bekommen das hat man mit meinen können zu tun jetzt spielen wir die spielen jäger mal die fähigkeiten noch mal angucken das ist ein tempobo es müssen wir dadurch fliegen das war nicht so schwer verstehe ich nicht ich habe noch den kaputt hauen hatte ich stehe jetzt nicht mal so daran und daran so schwer ist ich war ja die bahn auf uns runter aber möchte er sehen da müssen wahrscheinlich dadurch durchfliegen irgendwann abschießen damit mal erledigt wo habt ihr den gesehen ja okay weiß nicht wenn man raketen ja ausweichen soll bei dem ersten einfach nur eine rolle gemacht noch mal weg wieso man hat hier machen müssen noch eine war das ding wo den gesehen das ist die maus gefangen war gar keine rung nicht da gehört habe ja wir haben es geschafft einmal prozent ja man muss es ja durchfliegen und die kaputt aber ganz anders auszulösen ja das gezeichnet so jetzt nicht irgendwo rein fliegen oh mein gott dass die schwierigkeiten wenn man das jetzt schaffen wir mit dem tempo ja weitermachen könnte vielleicht wird werden ja wirklich von außen einschließen jetzt mal an ja kam die karte oh gott das überlebt karte macht dann ausschaltet ich denke jetzt mal nicht mehr ja voll überpowert wenn dann wahrscheinlich alle machen ich glaube da sollte ich nicht rein fliegen weil jemand auf mich schießt das liegt falls da einstelle ich habe direkt gesehen ich würde ein schilderich schützen wir uns hier drinnen und dann ja ich bin ich der einzige der immer beim ausgang gestirbt oder ja ich glaube wir gewinnen aber das ist nicht acht prozent wer wird da wohl durchfliegen nach kopfladen 4 prozent schaffen also einfach alle da rein dann kommt wahrscheinlich noch warten und da war voll ich da sind gesehen ja verdammt geht es noch weiter verdammt wesentlich mehr bock als zum ersten teil das ist man hat den kaputt hauen natürlich dann schaffen aber nicht mehr glaube ich nicht 59 57 56 ich war jetzt macht zwar bock aber ich mal außen könnte natürlich immer noch lieber auf dem boden und bald mal jemand auf der teil da schon wieder mehrere teile könnte sehr knapp werden da voll ich ha 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 müsste lieber Van die blut 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 Oh Gott. Oh Mann. Ah, wir waren so nah dran. Ich habe schon wieder gewonnen, ich habe schon wieder gewonnen, ich habe schon mehr Bock als im ersten Teil sehr viel mehr Bock. Wo war ich denn so? Ich habe nur ein, wie habe ich denn nur eingetötert? Ich habe mich ganz auf Dings konzentriert. Guck mal, die haben 80 Watt. Okay, die mussten uns erledigen, ist klar. Aber jetzt denkt jeder, ich bin voll schlecht. Ein, passt noch rein. Condor, Imperialwerve. Lauf wollte ich jetzt nicht überspringen. Bumbo. Das müsst ihr machen. Ein Level 1, was ich hab irgendetwas. ja ich weiß es ist so über einen toten umbrücken ich nehme an bau macht den größten schaden wir kommen damit die eine bobfahndriff durchführen können ganz verdammt die 50 prozent schon bei 90 bekommen ja nicht leute zurück gleich auf die einzelnen dinger ja schießen vielleicht eine idee bestimmt geschützt und also macht ihr auch nicht vater und wir haben uns irgendwie die bösen an meine arbeit ist gefahren und gegner das war verdammt unnötig war kein spieler da ist nicht wieder ich renne einfach ich fliege einfach weg da müssen wir hin klingt voll bösartig richtig oh mein gott ehrlich habe ich mir gedacht soll dann taucht so voll unter die durch sagt allen wie gut ich bin in diesem spiel auch ich denke mal auf co habe ich also meine fähigkeit sind die buchst die 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 das war das ist tot ok ich weiß nicht mal meine die ganze zeit falsch hier kann ich nicht umdrehen oder was versuchen nein nein dann schaue ich nicht wenn jetzt jemand hinter mir werden er und mich beobachten würde ich denken nein ich wollte so ein looping da rein machen hat und da direkt da war das ding das Ding Ja jetzt sind wir unsere Ziele ein Dritt näher jeder einer weniger wir machen Fortschritten so hat der Ding Du scheinst einen Gegner im Nacken zu haben das Ding schon wieder das Ding ballert mich die ganze Zeit ab ne Warte ma ich auch noch mit mir wollte ich auch noch noch abkundziehen naja das wird wieder nichts da der hat auch die ganze Zeit ein Ding das hier reinführt Na 0% Meins? Ist doch gar nicht wahr Oh Man kann es natürlich doch nicht auf mich machen Gott das hat mich gefolgt Ne Man muss schnell gehen also jetzt mal fünf sachen müssen wir Beating alles klar Wie mit ich habe das die 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 dann muss man das ding kaputt haben oder wie ich nutze man hat jetzt für den kommentar was wir machen und habe es gefunden dass sie schon tot ich bin gar nicht so schlecht mal gucken was er wieder kann ach du kacke alter so also das Ach, okay, ich verstehe. In der Zeit ist es so ähnlich wie im ersten Teil. Der Jagd von den Sternenzerstörern ist den kritischen Funtern. Viel hält er nicht mehr aus. Haben wir es geschafft? Sehr schön. Er macht schon Bock, würde ich sagen. Wenn man so ein bisschen weiß, was los ist. Schön. Jawohl. Jawohl. Hat so Rang ab. Oh, sogar ein paar Kürzeilen. 2000, geil. Mal direkt neun Helden kaufen. Schön. Oh, schön. Boah, ist ein langer Part. Ich hab' um den Nahr oder so aufgenommen. Sag' mal ein Viertel vor. Mal erst mal hier zeigen. Zu den Sternen. Sternjag ist sehr cool. Ähhhhh. Kost'n allen nur 10.000, ne? Mal Chewbacca freischalten. Den hab' ich auch glaub' ich ein paar Sachen, ne? Ne. Maximalgesundheit wird erhöht. Ja. Mal noch mal einen, einen bösen oder einen guten Charakter noch übrig. Gegen der Übersicht. Gut. Zeig' her. Ja. Zeige' er mich. Okay. Messerte Triebwerke. Taktische Störern war. Ja. Ich tue ich aufs geht ausrüsten. Cool. Und allem was hier abkommt mit der Ringen. Das kann ich jetzt auch annehmen oder abstand. Boosterkiste Verstärkung. Ja, was war'n da mit den Wäschern? Habe ich hier schon geöffnet? Da krieg' ich die am Ende dann. Jedenfalls, das war's für diesen Part. Wenn wir vielleicht mal Helden fürs Schurken versuchen, weil das ist das einzige, was wir noch nicht haben, ne? Dann wird's so relativ spontan, weil man angefangen hab' ich auch immer gemacht. Ganz am Anfang, genau. Und ja, gut. Ich hab' euch halt gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar und sonst irgendwas. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich alle herzlich für's Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.